Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit hallo! Zu diesem neuen Video und heute ist mein Geburtstag. Ich bin hier mit all meinen Freunden. Karn, Max kennt ihr, Lars kennt ihr auch. Ansonsten ist noch Luis dabei. Was geht? Was geht? Und der will jetzt nicht vor die Kamera und das passt perfekt so. Allerdings testen wir heute alle. Wir sind fünf Leute mit mir, ne? Also wir sind zusammen fünf Leute und wir haben fünf Eis. Und zwar testen wir heute Pirolo Watermelon Eis. Und da habe ich bezahlt 1,99 Euro. Ich glaube, wir machen noch schnell ein Subnail. Und da sind fünf drinne. Kommt mal rein. Zusammen mit Rückenkarn. Komm mit rein. Danke auch für die ganzen Gratulationen heute. Ich habe heute original am 8.6. Geburtstag. Mir jetzt 16. Und ja, wir testen, oder? Genau. 1,99 Euro bin ich der Meinung. Korrigiert mich aber gerne. Hab ich bezahlt. Und ich teile mal aus, hier. Also pack das gerne aus. Luis, nimm du auch eins. Wir sind übrigens, wir haben heute gegrillt. Da wird auch noch in den nächsten Tagen ein Testvideo wieder online kommen. Wer möchte meinen, komm. Ich werde nur einmal dran, nicht? Ja, guck mir dann. Oh, hier kommen wirklich ein paar, guck mal. Oh, hier kommen wirklich ein paar Viecher. Ein paar Mücken im Kerne. Ja, das sind Schokoteile. Nein, das sind Kerne. Kennt ihr die? Die sind übel geil erfrischt. Find ich cool. Okay, dann probieren wir, oder? Luis hat es schon probiert. Was sagt ihr? Oh, lecker, ne? Ja, ich finde es auch geil. So Eis im Sommer, ne? Ich habe ja im Juni Geburtstag heute. Also richtig geil. Was sagst du, Luis? Wird erfrischend, ne? Wirklich erfrischend, ne? Schmeckt gut. Ich würde 6 geben. 6 von 10 Punkten auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist gut, 1 ist schlecht. Ich würde 6 geben. 6 von 10 Punkten. Das musst du ja einfach probieren. Ähm, ich esse erstmal noch. Also was ich immer richtig nice finde, ich habe das schon mal gegessen. Ich finde es übel nice. Hier oben das Eis. Schmeckt geil. Und dann am Ende wird es natürlich weicher, wenn es länger offen ist. Das Grüne muss man probieren. Meine Freunde albern rum. Und hier unten das, wenn das Grüne da unten noch so richtig geschmolzen ist. Richtig geil. Also so weich ist, ne? Du hast da auch einen Blick auf deine Hunde. Oh Mann. Bumgealbere hier. Wie gesagt, Grillvideo kommt in den nächsten Tagen. Also lasst ein Abo mit einer Glocke an. Was ist denn? Anruf. Lol. Passiert. Ähm, ja. Sorry Leute. Machen wir das gerade von 1 bis 10 Punkten. Wie viele gibst du? Ähm, ich gebe eine 8 von 10. Ich gebe 7 von 10 Punkten. Und Luis, hast du schon gesagt? Also Kahn hat 6 von 10. 9 von 10. 8 von 10. 7 von 10. Und du hast? 10 von 10. Oh, let's go. Ja, dann war es das schon mit dem Video. Bisschen chaotisch hier mit Freunden. Aber lustig. Schmeckt du heute auch noch Apfel? Oder was denkt ihr? Apfel? Ja, mal spannend. Also so. Ne, das ist diese... Nein, das ist das Grüne, ne? Doch, ist Apfel wirklich. Wir haben auch Wassermelode noch hier. Dann sehen wir uns. Lasst unbedingt ein Abo und ein Like da. Welche Army ist die Beste auf der Welt? Fast Food. Fast Food Army. Jawoll. Wir sehen uns Leute. Das war's für doch nicht. Tschau.